Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixel-Helding-Kanal mit mir, dem Ray. In der heutigen Ausgabe schauen wir uns wahrscheinlich das Fahrzeug an, was am meisten in der aktuellen Season 21 erwartet wird. Die Rede ist natürlich hier vom Mercedes-AMG E63 S, der aktuellen Baureihe 213, das Facelift des Vorgängermodells, also der Baureihe 212, haben wir uns ja schon ausführlichst angeschaut und da haben wir in Erfahrung gebracht, dass so eine E-Klasse gerade von der AMG ordentlich Power in der Serie hat, aber ein noch viel größeres Leistungspotenzial im Tuning bietet und das kann ich glaube ich schon mal an der Stelle versprechen. Wir werden heute auf die ein oder andere Art und Weise sowas von in die Vollen gehen und bevor wir aber Tuning-technisch in die Vollen gehen, würde ich sagen, gehen wir erstmal mit dem Serienmodell in die Vollen und zwar natürlich auf unserer PXH-Teststrecke. Wir wollen natürlich wissen, was das Fahrzeug da so leisten kann und deswegen steigen wir ein, starten den Motor und gehen auf eine schnelle Runde. Auf der Teststrecke angekommen, erst einmal ein paar Leistungseckdaten zum Fahrzeug. Der E63 S verwendet den M177 Motor, der ja verwandt ist mit dem 176 und 178 Motor und so bei manchem AMG-Modell zum Einsatz kommt. Das heißt, wir sprechen hier natürlich konkret von einem 4-Liter-V8-Biturbo-Motor, der hier 612 PS und 850 Nm Drehmoment leistet. Und um da ein paar Side-Facts zu nennen, der S63 hat tatsächlich exakt denselben Motor mit den exakt selben Leistungseckdaten. Der GT 63 S, den wir uns in Let's Play Folge 193 angeschaut haben, hat ebenfalls diesen M177 Motor, allerdings mit ein bisschen mehr Leistung, nämlich 639 PS. Also man sieht, selbst AMG kann aus diesem Motor noch ein bisschen mehr rausholen. Und ja, um das Ganze zu vervollständigen, die Non-S-Version des E63 hat 571 PS und 750 Nm Drehmoment, ist aber auch ebenfalls dieser M177 Motor, also es kann auch ein bisschen weniger Leistung sein. Ja, beim Getriebe, da haben wir eine Eigenentwicklung am Start, nämlich das AMG Speedshift MCT, also das steht für Multi-Clutch Transmission, Entschuldigung an der Stelle, übersetzt bedeutet das Multi-Kupplungsgetriebe, also weder ein normales Automatikgetriebe, noch ein manuelles Getriebe, noch ein Doppelkupplungsgetriebe ist es so, wenn man möchte, um das vereinfacht zu sagen, so eine Mischung aus allem so ein bisschen. Ja, beim Gewicht, da kommen wir so ein bisschen zur Achillesferse hier auf der Teststrecke des Fahrzeugs, nämlich, wir sind ja mit über zwei Tonnen unterwegs, trotzdem schafft das Fahrzeug den Sprint von 0 auf 100 in 3,4 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit ist bei 250 kmh abgeregelt. Sollte man allerdings das Drivers-Package besitzen, dann wird die Abregelung weitestgehend aufgehoben, dann sind nämlich Geschwindigkeiten bis zu 300 kmh möglich. Ja, ganz kurz zu den Fahreigenschaften, diese dicke, fette Limousine hat natürlich ordentlich Power, fährt sich supergeil sportlich, aber das Gewicht merkt man halt insbesondere auf der Bremse und auch in den Kurven, da trägt das Fahrzeug schon so ein bisschen raus. Da liegen definitiv die Defizite, ich denke mal, wenn das Fahrzeug so 100, 200, vielleicht sogar 300 kg leichter wäre, dann wäre das ein wichtiger Brecher. Aber ja, wir schauen einfach mal, was die E-Klasse trotzdem hier für eine Zeit hinbekommen hat. Nämlich eine 2 Minuten 11,042 und damit ist der E63 S sogar knapp vier Zehntel schneller als die direkte Konkurrenz aus dem Hause BMW, der M5 F90, der eine 2 Minuten 11,472 gefahren hat. Und das hat mich tatsächlich etwas überrascht. Nicht, weil ich es der E-Klasse nicht zutrauen würde, den M5 zu schlagen, sondern weil laut meiner Erinnerung der M5 sich doch schon ein bisschen sportlicher und vor allem auch agiler angefühlt hat. Ich finde ganz klar, der E63 S hat ein super Fahrwerk, sehr sportlich, aber das Gewicht hat einfach, ja, so ein ungutes Gefühl hinterlassen. Ich meine, der M5 ist zwar nur so knapp 70 kg leichter hier im Spiel, trotzdem hat sich das einfach gerade auf der Bremse viel, viel besser angefühlt. Aber ja, die Zeiten lügen nicht. Der E63 hat die Zeit dann einfach irgendwo anders wieder ein bisschen rausgeholt. Ich meine, so viel trennen die beiden jetzt nicht. Ja, wir reden hier von Zehntel-Unterschied, aber trotzdem hat der E63 S das jetzt auf der Haben-Seite. Und ja, da müsste der M5 sich wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr anstrengen, denn man sollte natürlich dazu erwähnen, hier auf den Testschränkrunden, ich fahre das ja natürlich nicht immer alles bei der selten Tagesform. Gerade die Folge mit dem M5 liegt schon ein bisschen zurück. Let's Play Folge 115. Das kann ja sein, dass ich dort vielleicht nicht meinen besten Tag hatte, um jetzt mal die BMW-Freunde vielleicht ein bisschen zu versöhnen. Also man kann so oder so sagen, sie sind auf jeden Fall auf einem ähnlichen Niveau. Trotzdem hat jetzt hier nominell auf unserer besten Liste der E63 S die Nase vorne. Aber nicht nur gegen den M5 F90, sondern auch gegen den GT4-Türer, den ich ja gerade eben erwähnt habe. Auch den hat er geschlagen und das sogar um oder über eine Sekunde. Und das kann man nicht mehr auf die Tagesform dann schieben, sondern das ist natürlich schon deutlich. Aber er schlägt auch nicht nur den AMG aus dem eigenen Hause logischerweise. Er schlägt sogar einen Dodge Challenger SRT Demon, der, naja, ein bisschen mehr Leistung nochmal hat. Ich meine, das ist ein Wimpernschlag. Jetzt reden wir hier nicht mehr von Zehntel, jetzt reden wir von Hundertstel. Aber trotzdem ist es schon bemerkenswert, was hier der E63 S, was so eine dicke Limousine halt trotzdem leistet. Denn man darf nicht vergessen, das möchte ich hier nochmal betonen, Das ist halt eigentlich ein Fahrzeug, mit dem man eher auf die Autobahn geht, wo man so den einen oder anderen Sportwagen versägt, wenn man halt, ja, rein nur aufs Gas tritt. Auf der Rundstrecke, was ja unsere Teststrecke auch irgendwo ist, ja, ist es jetzt nicht unbedingt, ja, das Terrain, wo ich jetzt ein E63 als erstes wählen würde. Aber trotzdem finde ich es halt erstaunlich und deswegen performt er da auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir gehen zurück zum Festival, schauen uns das Fahrzeug nochmal ganz kurz im Forza Vista-Modus an. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, öffnen wir hier alles auch nochmal. Können vielleicht auch nochmal kurz in den Motorraum schauen, auch wenn bei modernen Motoren natürlich man nicht mehr so viel sieht, weil alles ein bisschen abgedeckt ist. Aber man kann ja trotzdem mal noch dazu erwähnen, dass es vom Hause AMG zum E oder zur E-Klasse auch noch ein paar andere Modelle gibt, außer den E63 S oder den normalen E63. Es gibt auch noch einen E43, der hat nämlich einen V6B-Turbo und es gibt noch einen E53, der hat einen reinen Sechszylinder-Turbo plus Elektromotor. Ja, also es gibt da auch nochmal ein paar andere Varianten und dann natürlich ganz viele Ausführungen allgemein beim Mercedes-Benz mit der E-Klasse. Des Weiteren kann man da auch noch sagen, wenn wir schon von Ausführungen sprechen, es gibt neben der Limousine, die wir jetzt hier im Spiel haben, auch noch ein T-Modell, also ein Kombi, was natürlich vielleicht auch den einen oder anderen gefreut hätte, hätten wir das bekommen. Ich bin aber ganz ehrlich, ich bin mehr so der Limousinen- und Coupé-Typ, deswegen, ich bin schon zufrieden, wenn wir nicht das T-Modell haben. Natürlich optional hätte ich nichts dagegen, ja, aber wenn ich die Entscheidung haben müsste oder treffen müsste, dann würde ich auch immer mit der Limo hier gehen in dem Falle. Ja, wir gucken kurz vielleicht auch nochmal den Innenraum an. Ich meine, das ist so die typische Mercedes-Designlinie, die wir jetzt so allgemein so ein bisschen sehen. So eine schöne, gerade jetzt hier beim E63, so eine schöne Mischung aus Sportlichkeit mit diesen Carbon-Ansätzen, aber auch, ja, Eleganz ist auf jeden Fall mit dabei. Also ich finde, da macht Mercedes in den letzten Jahren schon einen sehr, sehr, sehr guten Job. Also da gibt es eigentlich von meiner Seite nichts auszusetzen und ich würde jetzt nicht behaupten, ich bin der mega Mercedes-Fan, aber ja, Hater bin ich sowieso nicht. Ja, ich finde alle Marken auf ihre ein oder andere Weise sehr, sehr cool, aber wie gesagt, da sehr lobend von mir erwähnt. Ich finde, die machen echt einen geilen Job, auch so designtechnisch gefallen mir die neuen Mercedes-Modelle. Immer, immer, immer mehr. Ja, ich finde, die machen da echt einen guten, guten Job, wie gesagt. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen heute in die Vollen gehen. Ich habe es am Anfang der Folge gesagt, deswegen gehen wir natürlich jetzt erstmal zum Tuning, zur Leistung. Gucken mal, was wir da so machen können. Wir können auch den Motor austauschen, sogar drei Austauschmotoren haben wir zur Auswahl. Den 5,2 Liter V10 aus dem Hause Audi-Lamborghini. Das ist ja der Motor, den wir aus dem Gallardo und aus dem R8 kennen. Wir können aber auch einen 6,5 Liter V12 einbauen. Das kommt definitiv aus dem Hause Lamborghini. Das ist nämlich der Aventador-Motor. Und dann haben wir noch... Wow, okay, das ist geil. Wir können den V12 aus dem Mercedes-CLK GT einbauen. Okay, wir müssen das heute machen. Wir machen das nicht gleich. Wir bleiben erstmal beim Serienmotor. Wir bleiben erstmal bei dem 4 Liter V8 Biturbo. Aber das müssen wir definitiv machen. Ein dicker V12 aus dem eigenen Hause einbauen. Das finde ich schon geil. Ja, wir können auch auf Heckantrieb wechseln. Das wird ja tatsächlich gar nicht mehr angeboten. Bei der aktuellen E-Klasse. Zumindest mal jetzt beim AMG-Modell. Aber gut, bei der Leistung und bei dem Gewicht und so weiter. Ich glaube, da würdest du die Hinterreifen einfach nur so zerfressen. Ja, ich habe jetzt mal nicht das andere Wort gesagt. Aber ja. Ja, jetzt kommen wir wahrscheinlich zu einem besonderen Highlight. Da wurde ich schon ganz viel gespoilert. Ich habe es mir aber nie angeguckt. Wobei ich natürlich weiß, wie ein Brabus-Kit aussieht. Ich finde es geil, dass sowas möglich ist. Und ich meine, nicht erinnern zu können, dass wir schon mal in einem Forza-Teil, ich weiß nicht mehr in welchem Forza-Teil es war, bei einem Mercedes-Brabus-Teiler anbringen konnten. Ich weiß aber nicht mehr, bei welchem es war. War es sogar völlig eine A-Klasse? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall nicht eine Well-Neuheit, dass wir auch eben Brabus entsprechende Kits anbringen können. Ich finde es aber auf jeden Fall cool, dass wir es können. Ich würde es trotzdem feiern, wenn wir das Brabus-B weglassen könnten und trotzdem noch den Mercedes-Stern haben. Weil ich finde es irgendwie ein bisschen komisch da. Aber sonst finde ich es sehr geil, das Kit. Ja, und ansonsten halt natürlich den Forza-Splitter, logischerweise. Auch hinten können wir von Brabus vorbei. Da finde ich auch fast die Serie irgendwie besser tatsächlich, wenn ich ehrlich bin. Ähm, oder halt komplett weg die Lippe machen. Alles klar. Und hinten wahrscheinlich auch nochmal, genau. Ja, da finde ich aber auch die Serie so nicht schlecht. Ach, guck mal, wir kriegen ja sogar Brabus 800 ist sogar dann hier hinten mit dabei. Ist ja cool. Also wir können hier richtig in die Vollen gehen. Ja, komm, wir machen es einfach mal. Ich denke, ihr wollt es ja wahrscheinlich eh sehen. Dann machen wir einfach mal Brabus-Geschichte dran. Beim Flügel würde ich es aber jetzt tatsächlich gerne lassen. Ähm, ja, dann Reifen. Wir bauen einfach direkt auf. Wir gehen auf Semislicks. Wir machen hier 295er vorne. Wir machen 325er hinten. Ähm, bei den Felgen. Ja, wir haben tatsächlich ja Brabus-Felgen hier im Spiel. Aber nicht, glaube ich, die, die wir unbedingt wollen. Ja, also die würden zwar gehen, aber ich weiß es nicht. Also hier haben wir auch nochmal. Äh, na, die könnten wir jetzt quasi nehmen. Dann wären wir da so ziemlich komplett. Wir müssen die halt anders einfärben. Dann würde es sogar vielleicht gehen. Komm, ich mach's einfach mal, weil wir es können. Ja, wenn, dann machen wir, machen wir den kompletten Umbau. So. Ähm, ja, die Spurverbreitung machen wir gleich. Ich würde sagen, wir machen erstmal vielleicht etwas bessere Bremsen. Definitiv. Wir machen ein Rennfahrwerk. Ist sogar nicht mal ein Sportfahrwerk drin. Das finde ich interessant, weil das Fahrwerk fährt sich echt sehr sportlich. Man hat eigentlich richtig gemerkt, dass das Gewicht so ein bisschen die Problematik war. Und da nehmen wir natürlich jetzt gewaltig ab. 400 Kilo, über 400 Kilo nehmen wir da mal weg. Das ist natürlich eine Ansage. Auch das machen wir hier mal. Neuen Ganggetriebe in der Serie. Ist natürlich auch heftig. Deswegen auch sehr kurz übersetzt. Aber gut, das Ding heißt ja nicht umsonst Speedshift. Also, das steckt ja schon im Namen, dass es relativ schnell schalten soll. So, und auch hier gehen wir. Ich glaube, da können wir sogar in die Vollen-Vollen gehen, oder? Ja, können wir machen. So. Wobei, ich glaube, ich vorne sogar eins weniger machen würde. Weil ich glaube, wir werden den Sturz wieder gleich ein bisschen reduzieren. Und dann sieht es komisch aus. Ja, dann haben wir alles gemacht. Und jetzt machen wir natürlich den Vollaufbau. Also, wir können nicht anders bei einer E-Klasse. Es ist ein bisschen schade, dass wir aktuell gerade Winter-Season im Spiel haben. Da schaltet man das Fahrzeug im Übrigen auch frei über die Festival-Spielliste der aktuellen Winter-Season beim 50% Abschluss-Bonus, falls du dich das jetzt auch schon gefragt hast. So, und damit, wie gesagt, wahrscheinlich für viele das Highlight der 21. Season des Spiels. So, jetzt haben wir aber wirklich einen Vollaufbau gemacht mit dem Serienmotor. Da kommen wir auf 695 kW, 1.216 Newtonmeter Drehmoment. Das ist heftig. Ich weiß, der eine oder andere kann mit kW nichts anfangen. Ich auch nicht. Deswegen rechnen wir das in PS um. Und dann sind wir bei 945 PS. Und das Ganze aus einem jetzt mittlerweile 4,5 Liter V8 Biturbo. Ja, das ist eine Ansage. So, wir speichern das mal ab. Wir müssen die Felgen auf jeden Fall ändern. Das sieht jetzt gerade irgendwie Panne aus. Gut, der eine oder andere findet es vielleicht cool. Ich nicht. So, deswegen gehen wir mal kurz zu Designen. Gucken wir mal auch, was es sonst so für Serienfarben gibt. Ja, mit dem Rot wäre natürlich auch geil. Blau ist auch cool. Wir haben aber hier mehr Teilen. Jetzt will ich gerade mal gucken, was wir hier ändern können. Ah, da oben. Okay, das können wir, das Dach können wir hier anders farben. Ich meine, machen wir jetzt aber nicht. Das passt schon. Ich würde die Farbe tatsächlich eigentlich lassen sogar. Auch wenn das natürlich so in dem Sch... Oder ist das sogar dunkelblau? Ich glaube sogar, das ist richtig... Also, das wird jetzt auf YouTube vielleicht noch mehr geschluckt werden. Aber ich meine, das ist nicht mal schwarz. Sondern das ist ein richtig, 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 richtig krasses Dunkelblau. Also noch mehr wie das hier. Weil, wenn ich jetzt mal schwarz... Da, guck mal, das ist schwarz. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein richtig krasses Dunkelblau. Ja, das Rot wäre natürlich auch eine Ansage. Hätte so ein bisschen was... Es erinnert mich irgendwie, das Rot, so ein bisschen was an den C63 Black Series. Äh, so... Ja, hat schon was. Das Weiß hat natürlich auch was. Aber wir bleiben mal bei dem Andrazitgrau. Ähm, wir werden jetzt aber die Felgen ein bisschen angehen. Farbgruppe 1. Beziehungsweise wir werden wahrscheinlich erst mal die allgemeine Farbe ändern. Und zwar würde ich gerne so ein Halbglänzend machen. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Und da machen wir natürlich sehr, sehr dunkle Felgen, würde ich jetzt einfach mal angehen. Ja, ich mach nicht Alu, weil Alu sieht irgendwie im Spiel, wenn's in Bewegung ist, komisch aus. So im Stand sieht's geil aus, aber... Wenn's dann in der Bewegung ist, gefällt's mir irgendwie nicht mehr so. So, machen wir das vielleicht. Weil ich hab ne Idee. Wir machen sogar nicht Halbglänzend, wir machen sogar matt. Passt mal auf. Wir haben übrigens beim E63, also beim Vorgängermodell, beim W212, haben wir übrigens auch diese Brabus-Felgen dran gemacht. Und dafür wurde ich zum Teil übelst angegangen, wie ich das nur kann. Und dann haben natürlich einige gleich gesagt, ja, Moment, Moment. Brabus-Felgen passen schon. Ja, jetzt haben wir auch den Beweis, dass es passt. Ja, an all diejenigen, die das nicht wussten. So. Natürlich sind die Serien-Felgen auch geil. Und natürlich gibt's schönere Felgen, ganz klar. Aber, ja, es passt trotzdem. Es gehört irgendwie auch so ein bisschen dazu. So. Ähm, ja, machen wir das mal so. Und jetzt machen wir... ...die Farbgruppe 2. Die dürfte, genau, das hier innen drin sein. Und da würde ich gerne jetzt die Halbglänzende Schiene gehen. Und das dann vielleicht ein bisschen heller machen. So. Oder umgekehrt, wäre, glaube ich, sogar noch besser. Dann mache ich das sogar eher so richtig dunkel. So. Und die Farbgruppe 1 machen wir dann ein bisschen heller. So. Ja, guck mal an. Das sieht doch cool aus. Na, eigentlich können wir die Felgen sogar noch ein bisschen größer machen. Fällt mir gerade so ein. Das lassen wir mal. Dann sieht das nämlich richtig geil aus. Und dann geben wir natürlich richtig Gas. Ich glaube, Rennen werden wir heute gar nicht so viel fahren. Ich möchte heute einfach richtig ballern. Ja, für mich ist so eine E-Class einfach ein Autobahnbomber schlechthin. Und, äh, ja, jetzt gehen wir mal ganz kurz hier nochmal ins Tuning rein. Und wollen vielleicht die Felgen sogar... Ich glaube, das würde dem sogar ganz gut stehen. 21 Zoll. Gut, wir hätten nicht mehr so viel Reifenprofil. Aber das ist mir eigentlich egal. Heute siegt die Optik. Ja, das kann man auf jeden Fall bringen. Oder? Also mal ganz ehrlich, das Ding ist so ein Riesenschiff. Aber sowas von. So. Da haben wir doch mal ein richtig geiles Gerät hingekriegt. Natürlich ist das Fahrzeug ein bisschen jetzt schwerer geworden. Größere Felgen sind auch ein bisschen schwerer. Aber nicht so schlimm. Und jetzt geht's aber raus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ding abgeht. Vor allem auf den V12-O-Bau bin ich sehr gespannt. Hoho, hoho. Ja, wir fahren mal Richtung Autobahn. Mal gucken wir mal, wie wir durchballern können. Ja, und wir ignorieren einfach mal, dass die Straßen vereist sind, ja. Das geht schon klar. Ja, natürlich, dass durch die Gewichtsabnahme ist das Fahrzeug natürlich auch um einiges natürlich jetzt agiler geworden nochmal. Aber natürlich auch die Leistungssteigerung ist natürlich eine Ansage. Ja. Ja. Stopp. Halt. Ja. Ja, man kann damit fahren, aber ja, Rennen fahren ist schwierig. Wir werden es gleich mal probieren, aber jetzt muss ich erst mal die Autobahn langballern. Wir sind mal kurz abgehoben auf der Vorderachse. So, jetzt aber, komm. Wer will, kann mitstoppen, wie lange wir auch von 0100, 0200 und 0300 brauchen. Ich gucke auch mal so ein bisschen auf die Uhr, so grober Wert. Warte mal kurz noch, ganz kurz. Drei, zwei, eins, go! Oh, der erste Gang ist ein bisschen zu kurz. Ja, 100 war mir zu schnell. 0200 haben wir nach, ja, glaube ich, fünf oder sechs Sekunden schon gehabt. Und 300 schaffen wir, ja, nach 13 Sekunden ungefähr. Das ist so krass. Ich glaube mal, auch die 400 kmh können wir vielleicht, naja, vielleicht mit dem Motor nicht, aber mit dem V12 werden wir aber sowas von die 400 angehen. Vorbei, guck mal, die Reise wandert noch. 380. Hier braucht schon Bugatti. 390. Ja, jetzt wird's ein bisschen schwieriger. Jetzt kommen ein paar Kurven. Okay, schade. Aber trotzdem, ich glaube, mit ein bisschen mehr Anlauf, ein bisschen mehr Auslauf, könnten wir schon in die Richtung 400 gehen. Gucken wir ja mal in die Telemetrie kurz schauen, was da gesagt wird. 394. Okay. Wir müssen auf jeden Fall dann mal hier den ersten Gang, der muss einfach ein bisschen kürzer sein. Das ist, also ich fand den auch schon in der Serie etwas zu kurz. Aber wir müssen ja die neuen Gänge jetzt auch nicht voll ausreizen, finde ich. Wir sind jetzt hier kein Formel-1-Wagen und selbst der hat keine neuen Gänge. So. Lassen wir mal den neunten Gang, den Spritspargang einfach sein, auch wenn wir keinen Sprit sparen müssen. So. Ich würde sagen, wir machen trotzdem jetzt mal damit ein kleines Rennen, beziehungsweise ich würde trotzdem gerne ein paar Dinge mal anpassen am Fahrzeug. Ein paar 0815-Einstellungen, die ich einfach so aus der Erfahrung raus einfach weiß, was funktioniert oder auf jeden Fall besser funktioniert. So. Ups. Ein bisschen Nachlauf geben wir dazu. Vielleicht ein bisschen den Stabby vorne weicher machen. Aber nicht viel. Ansonsten ist das Fahrzeug ja eigentlich schon sehr, sehr gut und sehr, sehr sportlich unterwegs. Gut, wir könnten vielleicht sogar den Trick anwenden hier. Ähm. Den Rest würde ich einfach auch mal erstmal lassen. Beim Diff vielleicht ein bisschen. Wobei, hinten können wir eigentlich eine gute Sperre schon lassen. So. Und da vielleicht ein bisschen weniger. Ja. Und vielleicht ein bisschen mehr auf die Hinterachse. Das glaube ich nicht weh. So. Und dann machen wir einfach ein kleines Sprintrennen oder so. Aber vielleicht machen wir sogar statt ein kleines machen wir vielleicht ein großes. Wenn wir schon Power haben, dann spielen wir den mal aus. Fahren wir mal den Colossus. Und danach machen wir auf jeden Fall diesen V12-Motorumbau mit dem dicken fetten Mercedes-Motor. Und dann werden wir, wenn es möglich ist, auch auf jeden Fall eine Zwangsbeatmung reinhauen. Und ich würde sagen, wir ändern mal kurz die Jahreszeit. Weil Winter hin oder her. Ich hätte trotzdem mal Bock jetzt hier im Sommer zu fahren. Von mir aus auch im Sonnenuntergang. Gucken wir mal, wie wir jetzt hier mit diesem Powergerät fahren können. Und ich meine, der wirkt schon böse bullig, oder? Auch gerade mit dem Brabus-Kit da vorne dran. Mit diesem zusätzlichen Splitter und alles. Und ich finde auch, dann passen auch diese Felgen mit dazu. Und auch diese Farbgebung und alles. Das ist schon nice. Das ist schon nice. Oh, Vorsicht. Sorry. Ja, ich könnte noch ein paar Fotos machen. Aber das ist mir jetzt egal. Ich habe es eilig. Ja, der wirkt gerade schon. Wir haben keinen Sportwagen. Wir beschleunigen zwar wie ein Bugatti, aber... Deswegen haben wir noch keinen Kurvenräuber. Wobei, gegen die Konkurrenz dürfen wir trotzdem ganz gut anstecken können. Ich habe es eilig. Ich habe es eilig. Ja, die Power zahlt sich natürlich aus hier. In Horizon 3 hätte sich das noch viel mehr ausgezahlt. Dort waren Power-Tunings doch schon etwas über den Crip-Tunings. Boah. Also da hat er echt Probleme. Sobald ein bisschen... Die Straße sich so ein bisschen beugt, dann hebt er gerne mal ein bisschen ab. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Den kriegt man einfach gar nicht gebremst. Aber gut, klar. Ja, das Verhältnis zu Geschwindigkeit, die wir erreichen, zu Bremse ist natürlich... Schwierig. Nennen wir es einfach mal so. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die Mauern haben mich schon immer gestört. Bleib schön hinten dran, ja. Bremst, 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 bremst. Bremst, bremst, bremst. Wir haben schon bessere Bremsen vermaut, aber... Trotzdem. Ja, weil ich es vorher erwähnt habe, S63, also S-Klasse, wäre halt auch mal geil hier im Spiel. Aber dann auch gerne aus dem Hause BMW, vielleicht mal so ein 7er oder 8er BMW und natürlich Hause Audi. Also da sind wir sowieso irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, die Marke haben sie komplett vergessen, so gefühlt, hier im Spiel. Dass dieser Volvo da so penne dran abgeht, ne? Richtig schlimm. Das ist dann echt heftig. Wie viel Speed wir hier halt jetzt gerade ankommen. Da muss man halt ordentlich in die Eisen gehen, damit wir überhaupt hier rumkommen. Ich meine klar, mit Forza-Flügel und so weiter könnten wir ein bisschen mehr Downforce generieren und dann wäre das ein bisschen noch mal angenehmer. Aber jetzt mal ehrlich, come on. Also die Forza-Flügel, die bringen wir jetzt hier nicht an. Ja, und auch noch mal zur Klarstellung. Nur weil wir neun Gänge haben, müssen wir die auch nicht komplett ausfahren im Setup. Wir können das Getriebe auch auf sieben Gänge auslegen oder auf sechs Gänge oder so, so wie wir halt einfach die Power mit am besten auf den Asphalt bringen. Mal falls sich jetzt der ein oder andere fragt, warum ich das Getriebe nicht noch kürzer gemacht habe. Weil gerade bei so viel Power macht es, glaube ich, nicht so viel Sinn, die ganze Zeit mit, ja, mit dem Schalten zu verbringen. Ey, das ist so krass, ey. Man kommt einfach immer viel zu schnell in die Kurven ran. So, wir haben es gleich geschafft. Auch wenn der Volvo echt nicht locker lässt, aber der ist sowieso hier im Spiel ein bisschen so ein OP-Fahrzeug, habe ich schon festgestellt. Vorsicht. Ja, Fahrwerk natürlich komplett überfordert bei den Geschwindigkeiten. Und Bremsen auch. Ich glaube, wir müssen mal den Bremsflug vielleicht ein bisschen erhöhen. Würde vielleicht auch noch ein bisschen helfen. Aber sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, die großen, ganz großen Felgen machen natürlich, helfen natürlich dem Fahrgefühl jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, natürlich ein bisschen mehr Reifenquerschnitt bietet natürlich auch ein bisschen mehr, ähm, ja, sagen wir mal, Möglichkeiten an, dass das Fahrzeug das auch ein bisschen abfedert. Also, dass die Federn selber ein paar Schläge auch besser dämpfen. Ja, egal. So oder so. Ähm, ich mache mal ganz kurz nochmal vielleicht, äh, etwas den, äh, Bremsdruck hoch. Ich glaube, das würde dem Fahrzeug auch ganz gut tun, nochmal. Ja, das kann man schon machen. Also, bis die blockieren, kann man da ordentlich durchdrücken. Könnte man sogar vielleicht noch ein bisschen höher gehen. Aber wir lassen es mal so. Ich speichere es mal ab. Ähm, gibt es auch frei. Wobei das jetzt nichts Besonderes ist, ne? Das ist jetzt einfach nur ein Maximalaufbau. Ich nenne es jetzt einfach mal V8 Max. Ähm, aber falls jemand von euch vielleicht zu faul ist, selber die Teile einzubauen, dann kann er das ja gerne bedienen. Ja, äh, das mache ich jetzt mal lieber nicht. Ich mache lieber Höchstgeschwindigkeit. Das glaube ich besser. Gute Geschwindigkeit und so. Und ja, jetzt nehmen wir uns natürlich noch die Zeit, auch wenn die Folge dann ein bisschen in die Überlänge geht. Aber wenn es diesen V12-Umbau gibt, dann müssen wir ihn tätigen. Das finde ich sehr, sehr geil, dass dieser Motor zur Auswahl steht. Und genau deswegen bauen wir den jetzt auch ein. Und da bin ich mal gespannt, wo die Reise hingeht. Und ja, wir können hier ein Twin-Turbo noch draufhauen und das machen wir auch. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also, da geht auf jeden Fall nochmal ein bisschen was. Leistungstechnisch. Vor allem, ich glaube auch gerade jetzt hier. Oh ja, guck mal, was das nochmal hier bringt. Ui, 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 ui. Also, der Leistungsindex ist auf jeden Fall schon mal gut gestiegen. Wir sind jetzt bei 1022 kW, 1526 Nm Drehmoment. Holla, die Waldfee, sag ich da nur. Umgerechnet sind das in PS 1390 PS. Ja, damit können wir auch Königseck-Konkurrenz machen, was die Leistung betrifft. Also, das ist natürlich ordentlich. Ja, ein bisschen schwerer werden wir normal nur 5 Kilo tatsächlich, aber bei so einem fetten Motor jetzt. Ja, so ein E-Kleis mit dem V12 ist doch eine geile Sache. Ja, da bin ich jetzt echt gespannt. Ich habe ein bisschen Schiss tatsächlich. Ich habe ein bisschen Schiss. Ich würde sagen, wir teleportieren uns einfach direkt zur Autobahn. Ich hoffe nur, dass das Getriebe uns jetzt nicht gleich um die Ohren fliegt im übertragenen Sinne. Lass mich mal hier dazu. Da machen zwar ein paar andere Spieler schon einen Track Race, aber die sollen uns nicht kümmern. Beziehungsweise, die ziehen wir jetzt wahrscheinlich sowieso ab. Ha! Ja, V12. CLK-GTR. Ich meine, das ist ein Rennwagenmotto eigentlich. Lade-Druck ist auch am Start, sehe ich gerade. Oh Gott. Die ersten beiden Gänge maximal überfordert. Alter Schwede. Alter Kavensa, muss man hier ja sagen. Was macht dieser Benza? Also, 400 haben wir. Alter, es hört gar nicht auf zu schieben. Zum Glück haben wir noch einen neunten Gang. Oh, la die Walfe. Ja, hallo Jungs. Ich habe es eilig, sorry. Ach, was geht hier ab? Was ist das? Wie geil ist das denn bitte? Ja, komm, da passen wir mal das Getriebe. Von mir aus auch diese Gänge auch mal drauf an. Den neunten Gang, wie gesagt, brauchen wir eigentlich nicht. Wenn wir es jetzt geschickt anstellen, machen wir einfach insgesamt das ganze Fahrzeug oder das Getriebe ein bisschen länger. Auch den ersten Gang nochmal, dass wir einfach diese Leistung unten raus ein bisschen auf den Asphalt bekommen. Ich glaube, das ist gerade hier sehr, sehr wichtig. Und dann gucken wir mal, dass wir das vielleicht aufs Achtgang legen und den neunten Gang lassen wir mal wegfallen. Weil so viel Power brauchen wir es, glaube ich, eigentlich echt nicht. Wir probieren das gerade nochmal aus. Ey, das muss jetzt nochmal sein, ey. Also das ist ja, das ist ja Hardcore. Alter, das ist ja Hardcore. Wir haben in Horizon 3, da kann ich mich noch erinnern, ebenfalls so einen V12-Umbau gemacht. Allerdings halt natürlich nicht mit diesem Motor. Da haben wir, glaube ich, einen Ferrari-Motor oder so eingebaut. Oder auch einen Aventador-Motor, ich weiß nicht mehr. Das war natürlich auch heftig. Aber das, das ist jetzt nochmal, finde ich, auf jeden Fall, das übertreibt es halt völlig. Vor allem, weil es halt auch ein Mercedes-Motor außen CLK-GTR ist. Alter, das ist ja richtig krass. Geh nochmal hier die Telemetrie nochmal, vielleicht. Wobei, das mache ich gleich, wenn wir dann Gas geben. Zwei Bar Ladedruck am Start. Ja, dann guckst du mit deinem Iron Night Blut. Oh, sorry. Wie schiebt das Teil denn bitte? Das ist ja nicht mehr normal. Ich muss nur noch kurz gucken mit dem achten Gang dann gleich. Aber ich glaube, das dürfte locker passen. Zumal die Leistung bei Turbo ist ja auch ein bisschen abfällt. Also wenn wir jetzt nicht ganz in den roten Bereich kommen, ist es eigentlich sogar perfekt. Vielleicht einen Ticken kürzer noch, aber sonst. Ey, das ist ja abnormal. Ja, und ich glaube, wäre diese Forza Wand, Geschwindigkeitswand, nicht so da. Ich glaube, der könnte noch ein bisschen schneller. Ja, wir könnten mal gucken, dass wir vielleicht den nochmal ein bisschen vielleicht kürzer setzen. Allerdings glaube ich nicht unbedingt, dass es dann besser wird. Das macht groß keinen Unterschied. Weil die Leistung, die Drehmomentkurve und so weiter fällt ja beim Turbo ein bisschen auch ab dann. Ja, das ist der neue Alternativweg. Es tut mir leid, dass ich gerade nur Autobahnballer, aber ich finde das echt krass gerade. Komm, noch einmal. Und jetzt versuchen wir nochmal ein bisschen so ungefähr auf die Zeiten zu achten. Wie gesagt, ihr dürft gerne das genauer stoppen. Ich stoppe es nur so ungefähr. So, okay. Ich warte nochmal ganz kurz. Dann habe ich hier eine schöne knappe Zeit und dann gucke ich ungefähr drauf. Wobei, ich gucke wahrscheinlich erst bei 300 drauf, weil 100 und 200 geht mir einfach zu schnell. Ja, so, also aufgepasst. In 3, 2, 1, go! Okay, 200 nach ungefähr 5 Sekunden. Ich bin jetzt im 5. ein bisschen zu früh gegangen. 300 nach 10 Sekunden. 400. Blöd, dass hier so leicht kurven die ganze Zeit sind. Okay, ich habe nicht drauf gucken können. Aber irgendwas so mit 20 Sekunden wahrscheinlich. Auf 400. Wenn wir gerade ausfahren könnten, wahrscheinlich wirklich auch noch. Vielleicht sogar unter 20 Sekunden. Holla die Waldfee, ey. Holla die Waldfee. Was für ein krasses Ding. Ich bin sprachlos. Und das spricht für sich, würde ich sagen. Ja, und mit diesen Worten würde ich mich einfach mal oder dich ins Wochenende verabschieden. Vielen, vielen Dank für das Einschalten. Ich hoffe, die Folge hat dich weitestgehend gut unterhalten. Du konntest ein bisschen was mitnehmen zur neuen E-Klasse, zur neuen E63S. Beziehungsweise um den Namen komplett voll auszusprechen. Dem neuen, jetzt im Spiel erhaltenen Mercedes-AMG E63S 4MATIC+. Denn ja, es heißt 4MATIC und nicht 4MATIC, wurde ich drauf hingewiesen. Ja, von Mercedes wird es so gesagt. Warum auch immer. Klingt komisch, ist aber so. Ähm, ja. Vielen Dank. Ich wünsche dir ein wunderschönes, fantastisches Wochenende. Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne ein Däubchen nach oben da. Würde ich mich drüber freuen. Ich bin raus an dieser Stelle. Bis dann. Mach's gut. Und tschaui.